In diesem Video zeige ich euch, wie ihr gute Chancen habt, ein wahre Projekt zu gewinnen. Yo, hello Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal ein paar Tipps, wie ihr ein wahre Projekt gewinnen könnt. Und zwar mache ich dieses Video jetzt nur, weil VARO ja jetzt um 12 Uhr gestartet ist. Und ich mir dachte, weil jetzt viele andere YouTuber vielleicht jetzt auch so ein VARO-Projekt starten und das halt einfach so nachmachen. Und dann wollte ich euch auch einfach mal ein paar Tipps zeigen, wie ihr besser in VARO werden könnt oder was ihr beachten müsst. Fangen wir mit Tipp 1 an. Diesen Tipp kennen schon sehr viele, aber manche wissen noch nicht, dass das besser ist. Also der perfekte Start ist halt so, manche bauen hier diesen Holzblock ab. Das dauert halt viel länger, deswegen baut man einfach nur diesen Grasblock ab und dann ist man schon draußen. Kommen wir zu Tipp 2. Bei diesem Tipp könnt ihr sehr viel Zeit sparen, aber nur nicht am Anfang, also nicht in den ersten zwei Folgen oder so. Das geht halt auch in den ersten zwei Folgen, aber das ist halt schwer. Ja, also auf jeden Fall, wenn ihr Tiere seht und ein Feuerzeug habt, also viele schlagen die Tiere einfach nur so kaputt und dann kriegen die halt nur groß Fleisch und das dauert halt und die eben halt nicht so viel essen. Und ihr müsst die halt noch im Ofen so warm machen, also braten. Und ihr könnt die einfach anzünden und dann töten und dann kriegt ihr direkt schon Steak so. Also gebratenes Fleisch und das ist dann halt viel besser und das spart doch sehr viel Zeit. Und dann könnt ihr die Tiere einfach so anzünden und dann einfach töten und dann habt ihr Steak. Kommen wir zu Tipp 3. Wenn ihr ein Steinschwert habt und damit halt kämpfen wollt und ihr noch ein Holzschwert im Inventar habt und jetzt die Tiere seht, tötet sie nicht mit dem Steinschwert, sondern mit dem Holzschwert, weil dieses Holzschwert benutzt ihr ja so oder so nicht. Und das ist halt dann viel besser, weil dann nutzt sich das Steinschwert halt nicht ab. Und ja, also dann einfach immer mit dem Holzschwert die Tiere töten. Kommen wir zum nächsten Tipp. Wenn ihr gegen einen Gegner spielt, benutzt alles, was ihr im Inventar habt. Lava, Eimer, Feuerzeug, benutzt einfach alles. Spampt von mir aus auch. Also wenn ein Gegner auf euch zukommt, benutzt einfach euer Feuerzeug, weil das macht ihm halt immer halben Schaden. Dann könnt ihr wegrennen, dann setzt ihr einen Lava-Eimer oder so und dann ist er da drin und verbrennt einfach. Kommen wir zum nächsten Tipp. Wenn ihr in den Nether wollt und Angst habt, irgendwie an Feuer zu sterben, dann nehmt euch einfach einen Wassereimer mit und einen Kessel. Weil da ist halt der Vorteil, wenn ihr jetzt in den Nether geht. So, ich bin jetzt hier im Nether. Und wenn ich jetzt hier durch die Lava schwimme und dann meinen Wassereimer setze, funktioniert das nicht. Also wenn ihr jetzt brennt, setzt ihr einfach den Kessel, setzt da Wasser rein und geht in den Kessel rein. Und jetzt seht ihr, ich war drin und das Wasser hat sich halt so gesenkt. Und jetzt kann ich das nicht mehr wieder rausnehmen, aber wenn ihr halt ganz viele Wassereimer dabei habt, wird das dann auch funktionieren. Und dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr nicht mehr an Lava spürt. Ich zeig's euch jetzt nochmal. Ich geh jetzt wieder in die Lava rein. So, okay. So, ich bin in der Lava und geh jetzt hier rein. Äh, das ist halt sehr schwer. So, jetzt bin ich drin gewesen und das Wasser ist wieder runtergegangen. Im nächsten Tipp geht's ums Verzaubern. Ob man sein Eisenschwert verzaubern soll, äh, ganz normal oder mit Büchern. Oder ob man sein Diaschwert ganz normal verzaubern soll oder mit Büchern. Und ja, also ihr setzt halt jetzt euren Zaubertisch hier hin. Und ich fänd's besser, wenn man sein Diaschwert mit Büchern verzaubert. Weil, das geht halt einfach besser, weil man da so gucken kann, Stärke und so alles. Dann kann man das besser, ähm, für ein Diaschwert benutzen, weil dann kann man die Bücher hoch verzaubern. Und beim Eisenschwert kann man's so machen, man hat ganz viele, sag ich mal, nimmt das. Dann verzaubert man das noch. Und dann kann man die im Amboss zusammentun, weil Eisen kriegt man halt überall. Also Eisen findet man halt sehr oft und Dias halt nicht. Deswegen würde ich Dias so mit Büchern verzaubern. Im nächsten Tipp zeige ich euch, wie ihr Level sparen könnt beim Amboss. Also wenn ihr Items zusammencraften wollt. Und es ist halt so, wenn ihr diese Sachen jetzt so zusammentut, kostet das 5 Level. Aber ihr könnt die auch mal so tauschen und dann seht ihr, dass es nur noch 3 Level kostet. Und dann habt ihr Level gespart beim Amboss. Wenn ihr eure Schwerter verzaubern wollt und ihr jetzt eure ganzen Eisenschwerter zusammen verzaubern wollt. Und ihr jetzt 2 Eisenschwerter habt, mit denen Verzauberungen ihr nichts anfangen könnt. Schmeißt die nicht weg, ihr könnt die so zusammencraften und kriegt dann ein neues Schwert wieder. Was ihr dann erneut verzaubern könnt. Das war es mit dem Video. Ich hoffe euch haben die Tipps gefallen. Und wenn ihr ein wahres Projekt macht, wendet diese Tricks an. Und schreibt mir doch mal auch Tricks in die Kommentare, die ich nicht erwähnt habe. Und dann ciao.